Willkommen in Rheinhessen, wo Eleganz auf Ertrag trifft. Dieses exklusive Gehöft besteht aus sieben einzigartigen Wohneinheiten, deren Größen von 30 bis 117 Quadratmetern reichen. Die Gesamtwohnfläche beträgt 461 Quadratmeter. Jede Einheit besticht durch hochwertige Ausstattung und zeitgemäßen Komfort. Aktuell sind alle Wohnungen vermietet. Eine Basis für stabile Einnahmen. Die idyllische Lage in Freilaubersheim verbindet ländliche Ruhe mit guter Infrastruktur. Dieses Objekt bietet nicht nur Investoren eine attraktive Rendite in einem wachsenden Markt, sondern erfüllt auch die Bedürfnisse von Großfamilien. Die einzigartige Kombination aus Privatsphäre und Gemeinschaft macht diese Immobilie zu einer vielseitigen Anlage, die sowohl finanzielle als auch persönliche Werte schafft. Eine seltene Gelegenheit für weitsichtige Käufer. Kontaktieren Sie uns für weitere Details zu diesem außergewöhnlichen Anwesen. ! MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020